Hallo Sammelfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors Video, dem wir uns heute das Starter Pack der neuen UEFA Club Competition Magitex Graz zur Saison 2024-2025 von TOPS anschauen wollen. Die Kollektion in Großbritannien bereits Ende August erschienen, kommt jetzt so nach und nach auch zu uns in den Handel. In den Filialen der Drogerie Kette Müller bekommt man auf jeden Fall schon die Produkte dieser Kollektion. Bei Netto soll es wohl zumindest auch die Booster Päckchen geben und ansonsten gibt es immer noch zahlreiche Händler, die das ganze online anbieten und natürlich auch die Webseite von TOPS, auf der man alle Produkte der Kollektion ebenfalls bestellen kann. Wir wollen heute in die neue Kollektion einsteigen mit dem Starter Pack, also so wie sich das traditionell gehört, denn mit diesen Starter Packs bekommt man ja auch immer die Basisausstattung, die man für eine solche Kollektion braucht, mit der Sammelmappe. Einem Doppelspielfeld für alle, die mit den Karten auch spielen wollen. Das Sammlermagazin ist dabei, das uns ein bisschen die Kollektion erklärt. Checkliste gehört natürlich auch dazu, um zu wissen, welche Karten es insgesamt alles gibt. Und zum direkt loslegen gibt es dann auch zwei Päckchen mit 24 Karten, zwei exklusive Limited Edition Karts, die man nur in diesem Starter Pack findet und eine Taktikkarte. All das sehen wir auf der rechten Seite auch noch mal aufgedruckt. Ich schiebe es euch auch noch mal ein ganz kleines Stückchen hoch, damit ihr auf den unteren Teil dieses Starter Packs gesehen habt. Und dann drehen wir es mal auf die Rückseite, um das auch noch mal gesehen zu haben, bevor es dann ins Innere geht. Wir sehen links oben noch mal das illustriert, was wir in diesem Starter Pack finden sollen. Und hier auf der rechten Seite schon mal eine Übersicht über die neuen Karten für die laufende Saison. Vieles davon jetzt nicht wirklich neu, sondern mit einem neuen, frischen Design versehen. Das zählt in dem Fall offenbar auch schon, um es als neu zu bezeichnen. Base Karten, Relic Karten kennen wir alles aus früheren Kollektionen, genauso wie die Heritage und die Chrome Shield Karten. Was hingegen wirklich neu ist, sind diese Generation Now Karten, die es nur exklusiv in bestimmten Produkten gibt. Das werden wir wahrscheinlich gleich im Sammlermagazin näher entdecken. Die Platinum Pull Limited Edition sind neu. Die Gold Edge Karten sind auch neu, zumindest in der UEFA Club Competitions Serie, gab es jetzt erstmals bei der Euro Match Attacks. All of Fame Karten sind komplett neu. Und was es auch wieder gibt, sehr seltene Autogramm Karten. Und da die ja noch nicht schwer genug aus den Packs zu ziehen sind, gibt es noch eine ultra seltene Chrome Autogramm Karte von Jude Bellingham. Das Ganze gibt zum Preis von 9,99€ in Deutschland und in Österreich. Und 11,9 Franken wäre dafür in der Schweiz fällig. So, haben wir glaube ich genug erkundet. Jetzt geht es ins Innere. Verpackung übrigens wieder auf Plastik. Da ist der Tops wieder von den Papierverpackungen weggegangen. So, dann kippen wir mal unser Inhalt raus. Und sehen wir hier vier Päckchen mit Karten. Zwei in neutraler Topshülle und zwei Boosterpäckchen, so wie wir sie vermutlich auch in den Displayboxen finden. Packen wir uns erstmal an die Seite. Dann haben wir hier die beiden Deckblätter mit der Checkliste. Die schiebe ich euch mal eben schnell durchs Bild. Für alle, die das interessiert, findet ihr aber wie gewohnt auch in kompletter oder sogar noch ausführlicher Version auf der Collectors-Webseite. Da dann auch die ganzen exklusiven Karten mit aufgeführt, die man nicht auf dieser Standard-Checkliste findet, die in der Sammelmappe drin ist. Auch wenn hier relativ viel schon drauf ist. Und ihr seht, wir haben diesmal sehr viele Kategorien neben den ganzen Teams. Und auch die übliche Anzahl exklusiver Limited Edition Cards, die man dann nur in bestimmten Produkten finden kann. Und rechts unten in der Editor-Note noch der Hinweis, Datenstand 1. Juli 2024. Heißt also, und das kennen wir auch schon aus der Vergangenheit, durch die recht frühe Erscheinungsweise dieser Kollektion nahezu sämtliche Wechsel aus dem Sommer-Transfer-Fenster noch nicht berücksichtigt. Das wird Top-Set dann mit diesmal sogar fünf Update Multipacks nachholen, die dann voraussichtlich wieder in monatlichem Abstand erscheinen werden. Das erste kommt glaube ich jetzt schon im September. Geht dann also nahtlos weiter mit neuen Karten jeden Monat. So, dann packen wir mal eben unsere Deckblätter hier rein. Hier haben wir schon den Hinweis, wie es dann im Frühjahr weitergeht mit der Magitex Extra Kollektion. Also dass auch der gewohnte Turnus bis in den Januar dann die Update Multipacks und dann wird vermutlich im Februar diese Magitex Extra Kollektion folgen. So, damit ist unsere Sammelmappe schon mal fertig. Dann haben wir hier das Gameboard oder den Play Pitch, wie Tops das Ganze jetzt nennt, zusammen mit den Spielregeln. Das Ganze in Englisch, da hat man also drauf verzichtet, das Ganze einzudeutschen. So und hier mal schnell der Klick auf dieses Doppelspielfeld, damit ihr das einmal gesehen habt und dann können wir das Ganze auch erst mal zur Seite packen und dann haben wir hier die Spielanleitung, wie Tops das Ganze im Deutschen nennt. Dieses Sammlermagazin hat man dann also übersetzt. Wir haben zunächst ein kleines Inhaltsverzeichnis, dann der Hinweis auf die First Edition Multipacks mit diesen exklusiven Karten, die wir auch schon entdeckt haben. Haben wir auch ein paar von hier auf dem Kanal geöffnet und dann schon der Hinweis auf die Karten aus dem aktuellen Set. Die Base- oder Basiskarten 9 Stück pro Päckchen, widerspricht so ein bisschen der Angabe, dass Tops hier drauf schreibt, 4 Special Karten pro Päckchen, dann wären es nämlich insgesamt 13. Aber gegebenenfalls hat man da so ein bisschen diese regulären Vollkarten mit eingerechnet, die ja auch kaum als Special Karten zu erkennen, da sie nur so eine minimale Folierung aufweisen. Dann haben wir auch wieder Parallel Karten in dieser Konnexion, traditionell in dem Crystal Parallel Style. Allerdings hat Tops das diesmal deutlich reduziert und damit offenbar auch so ein bisschen darauf reagiert, dass eigentlich nahezu keiner diese Crystal Parallels mag und sie eher als Ärgernis in dem Päckchen wahrgenommen werden. Früher gab es ja nahezu alle Karten als Crystal Parallel. Jetzt sind es nur noch die Captain Karten und die Wappen. Dann auch schon gute Tradition, die Heritage Karten im Stil der 2010 11er Kollektion. Die Rainbow Foil Karten, die wir schon in den First Edition Multi Packs bestaunen durften mit dem Man of the Match Signature Style Karten und den Vintage Vibes. Das Ganze wird ergänzt durch die Trophy Triumph Karten. Champions Rainbow Foil Karten mit dem Team von Real Madrid, das speziell herausgehoben wird als Champions League Sieger. Gab es in früheren Kollektionen ja schon mal, hat Tops jetzt wieder zurückgebracht, dass man den Champions League Sieger speziell heraushebt. Dann haben wir die 100 Club Karten. Diesmal in sehr edlem Gold schwarzen Look und passend zu diesem Look die Black Edge Karten. Neun Stück davon wieder an der Zahl und das Ganze wird ergänzt diesmal durch die neuen Gold Edge Karten. Das dann quasi noch ein bisschen die Steigerung von den Black Edge Karten. Auch schon bekannt aus der Vergangenheit die Chrome Shield Karten, wieder mit nummerierten Parallels. So in nummerierter Form lasse ich mir die Parallels auch gerne gefallen. Dann weiß man auch wirklich wie selten die Karte ist, die man da gezogen hat. Das ist dann doch was anderes als bei diesen Crystal Parallels, die dann doch eher nur Füllmaterial in dem Päckchen sind. Dann auch neu, wir haben es vorhin schon angesprochen, die Platinum Pull Limited Edition Karts in jedem 30. Päckchen. Also Tops führt das so ein bisschen fort, was man in den letzten Jahren begonnen hat. Mit seltenen und besonders seltenen Karts, sodass man eigentlich nur, wenn man massiv Geld in diese Kollektion investiert, alle Karten kompletieren kann. Dann geht es weiter mit den Limited Edition Karts und zahlreichen exklusiven Limited Edition Karts, die es dann nur in bestimmten Produkten gibt. Hier unten haben wir die Liste. Ich kann euch die eben auch noch mal ein Stückchen näher ranholen. Ihr seht es in dem grün-gelben Bereich, die Karten, die man in Starter Pack und den normalen Produkten bekommt. Dann dieses rosa-lila, die Classic Celebration Limited Editions. Die gibt es dann nur in den Eco Packs und die Generation Now in diesem blauen Bereich nur in den Mega Multi Packs. Heißt also, man wird sich auf jeden Fall jedes Produkt der Kollektion mehrmals zulegen müssen, wenn man alle diese Limited Edition Karts sammeln möchte. Dann gibt es auch wieder exklusive Limited Edition Karts für die Tins. Einmal hier die aus den kleinen Mini Tins und hier unten haben wir die aus den großen Mega Tins. Zwölf bzw. 16 exklusive Limited Edition Karts. Auch hier gilt, einmal muss man sich jede Tin zulegen, um an jede dieser Limited Edition Karts zu kommen. Da haben wir jetzt noch ein bisschen spezieller und besonderer mit den Orthograph Karts und den Relic Karten. Das sind richtig exklusive Sammlerstücke, die man als Bonus aus den Packs ziehen kann. Und hier haben wir das Line-Up für die Orthograph Karts in diesem Jahr. Das Ganze setzt sich fort mit Dual Orthograph Karts, die es dann auch als nummerierte Parallels gibt. Dann haben wir die Aufstellung der Relic Karten, die es in zwei Varianten gibt. Einmal mit diesem Metallplättchen und dann aber auch mit richtigem Trikotstück von den Spielern, die wir hier unten aufgeführt sind. Das oben hier so ein bisschen eine Tops eigene Relic Variante mit einem selbst produzierten Plättchen. Während das hier unten natürlich dann Original Trikots sind, was von der Wertigkeit natürlich noch mal auf einer anderen Stufe liegt. So, wir schauen weiter. Dann die neuen Hall of Fame Chrome Carts. Da bringt Tops also ein bisschen den Hobby Bereich in die Magitex Kollektion, denn die Chrome Carts ja das Flaggschiff bei den Hobby Kollektionen. Und wir sehen eine nächste Stufe im Bereich seltene Karten. In jedem fünfzigsten Päckchen ist so eine Hall of Fame Karte drin. Und da steigern wir noch mal ein bisschen mit den Maestro Karten von Jude Bellingham. Die Ultimate Talent Karte in jedem fünfhundertsten Päckchen. Noch seltener die Ultimate Talent 180 Grad Karte, die ihn dann von der Rückseite zeigt. Die ist nur in jedem zweitausendsten Päckchen. Und das Ganze gibt es noch mal mit Autogramm versehen. Die gibt es insgesamt nur fünfmal weltweit. Da sollte man sich, glaube ich, dann keine großen Hoffnungen machen, die aus seinen Packs zu ziehen. Wenn man davon überrascht wird, ist das natürlich eine super Sache. So, dann hier der Hinweis auf den Nachbestell-Service. Der gilt leider wie immer auch nur in begrenzter Form und für begrenzte Zeit. Ihr seht, das betrifft nur die Rainbow Foil, die Holographic Foil Carts und über die Kategorien. Darunter müssen wir, glaube ich, gar nicht erst reden. Alle selteneren Carts kann man dann entsprechend nicht nachbestellen. Da hätte Tops es dann gerne, dass man so lange Päckchen kauft, bis man die entsprechenden Carts gefunden hat. Spannend ist, dass Tops sich auf so einen konkreten Zeitraum eingelassen hat. Da bin ich mal gespannt, ob man den in diesem Jahr hält. Hat ja in der Vergangenheit eigentlich fast nie geklappt. Aber ich lasse mich auch immer gerne positiv überraschen. Sind wir also mal gespannt, wie das nächsten Sommer so läuft. Dann weitere exklusive Karten, die Blue Diamond Limited Editions, die es als Bonus für Bestellungen im Tops Online Shop gibt. Kennen wir auch schon aus der Vergangenheit. Genau wie Gold Rush Altra Limited Edition Carts, die Tops dann zufällig auf die Bestellung verteilt. Da braucht es also ein bisschen Glück. Dann der Countdown Kalender mit ganz interessanten Karten. Die Tops diesmal so gestaltet hat, dass man sie auch an den Weihnachtsbaum hängen kann. Da bin ich jetzt schon mal gespannt, wie die dann in echt aussehen, wenn man sie aus diesem Kalender holt. Und darunter dann die fünf erwähnten Update Multipacks mit den New Signings, Green Team, Snowballers, Starballers. Das sind ja schon die vier Packs, die wir aus dem vergangenen Jahr kennen. Und neu dann im Januar die Queens of Europe Karten, die uns dann die Teilnehmerinnen der UEFA Women's Champions League in die Kollektion bringen. Dann haben wir noch den Hinweis auf die Social Media Kanäle von Tops. Und hier nochmal die Übersicht über die erhältlichen Produkte. Das First Edition Multipack haben wir uns ja schon angeschaut. Dann die erwähnten Tints. Vier Booster bzw. Mini Tints gibt es. Das Ganze in gleicher Anzahl, auch in groß, mit den vier Megatints. Die Mega Multipacks gibt es durch den neuen Packpreis von drei Euro, auch entsprechend im Preis gestiegen und jetzt über die zehn Euro Marke geklettert. Kosten jetzt zwölf Euro und enthalten dann natürlich diese exklusiven Generation Now Limited Editions und die Eco Packs für knapp neun Euro mit den exklusiven Classic Celebration Cards. Diese Mega Multipacks gibt es übrigens noch in einer speziellen Variante für den Handel, in der man auch noch eine exklusive Limited Edition Card finden kann. Werden wir uns auf jeden Fall auch noch anschauen. So, hier haben wir noch mal die komplette Checkliste. Haben wir uns ja eben schon auf den Deckblättern angeschaut. Genauso wie den Hinweis auf die Match Attacks Extra Kollektion. So, dann können wir mal zu unseren Päckchen übergehen, nachdem wir das gesehen haben. Wir sehen hier zwei verschiedene Booster Pack Designs. Und so wie es aussieht, sind das schon die richtigen Päckchen aus den Display Boxen. So, dass wir ja auch schon mal einen Blick auf die Pack Odds werfen können. Drückt einfach auf die Pause Taste, wenn ihr euch das noch ein bisschen länger und in Ruhe anschauen wollt. Ich denke, wir müssen das jetzt nicht alles durchgehen. Dafür ist das viel zu viel. Wir öffnen lieber unser erstes Päckchen und schauen uns die Karten aus dieser neuen Kollektion an. Los geht's mit einer Base Karte von Patrick Schick von Bayer 04 Leverkusen. Denk auf die Karten selbst. Müssen wir nicht mehr groß eingehen. Die haben wir schon in den First Edition Multipacks besprochen. Dann haben wir Chris Führig vom VfB Stuttgart, die jetzt nach langer Zeit mal wieder in der europäischen Königsklasse spielen. Dann Juri Thielemanns, ersten Winner. Lugman von Atalanta, Upamecano von den Bayern, Vitinha. Daniel Olmo hier noch im Trikot von Leipzig. Thema Vereinswechsel hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Dann David Raja von Arsenal. Dann unsere erste Special Karte. Das Wappen von Celtic mit diesem ganz leichten, folierten Effekt. Dann haben wir eine umgedrehte Karte. Und das ist direkt mal eine 100 Club Karte mit Eduardo Camavinga von Real Madrid. In diesem wunderschönen, edlen, goldschwarzen Look macht richtig was her, die Karte. Gefällt mir richtig gut, was Topps da in diesem Jahr mit den 100 Club Karten veranstaltet. Und dann haben wir eine Vintage Vibes Karte von Gary Lineker. Die kennen wir in der Form auch schon aus den First Edition Multipacks. Und neu dann die Winner Karte von Eder Militao von Real Madrid. Das ist dann quasi die Auszeichnung für den Champions Liga aus der letzten Saison, die man komplett mit diesen folierten Karten versehen hat. So, dann würde ich sagen, öffnen wir mal eins unserer weißen Päckchen. Und sehen, dass Topps hier noch ein paar weitere Base Karten reingepackt hat. Mit Matthias Vicino von Lazio. Romagnoli ebenfalls Lazio, genau wie Prevedel. Dann haben wir Alex Remiro von Real Sociedad und Victor Gjökeres von Sporting. Das gegebenenfalls Karten, die man relativ spät produziert hat und sie dadurch auch in diesem Weg unter Erfolg bringt. Mal schauen, ob man die dann überhaupt in den normalen Booster-Päckchen finden wird. Ich würde mal eher auf Nein tippen. Höchstens dann in der späteren Auflage. So, dann gucken wir mal ins zweite weiße Päckchen, das dann unsere Limited-Edge-Karts enthält. Zunächst die World-Class Limited Edition von Harry Kane. Darunter haben wir eine weitere World-Class Limited Edition als World-Class Wonder Kit von Saïr Emery von Paris Saint Germain. Und die neue Taktik-Karte. Es gibt also keine vier Taktik-Karten mehr. Das hat man jetzt in eine Karte gepackt. Inwieweit das Sinn macht, müssen wir mal die beurteilen, die wirklich mit den Karten spielen. Da bin ich als reiner Sammler so ein bisschen raus. So, bleibt noch unser letztes Päckchen. Mit zwölf weiteren Karten. Und den Anfang macht Matt O'Reilly von Celtic. Dann haben wir Bernardo Silva, Marcos Llorente, Kubo, Inge Kim, Itinia, Dani Olmo, Declan Weiss. Dann eine weitere Karte von Real Madrid mit Fernand Mondi als Winnerkarte. Dann ein ganz interessantes Exemplar von der Vintage-Vibes-Karte von Eric Cantona. Ihr seht es vielleicht, da hat es die Folie nicht richtig auf in die Karte gepackt. Das habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Das ist also mal ein richtig dicker Fehldruck geworden. So, dann haben wir noch eine weitere umgedrehte Karte. Und das ist unsere nächste One-Handle-Club-Karte mit Jude Bellingham im Trikot von Real Madrid. Nimmt man in dem Fall natürlich gerne mit. Und dann haben wir auch noch ein Wappenpäckchen, das von Paris Saint-Germain. Bezüglich der One-Handle-Club-Karten sind wir da doch schon richtig gut weggekommen. Die normalerweise nur in jedem zehnten Päckchen. Wir haben gleich zwei aus unseren ersten beiden Päckchen gezogen. Das kann sich doch auf jeden Fall mal sehen lassen. Dazu diese ganz interessante Version der Vintage-Vibes-Karte von Eric Cantona. Und der Rest dann sicherlich eher so der Durchschnitt von dem, was man grundsätzlich in den Päckchen findet. Ja, das ist also das Starter-Pack zur neuen Match-Attacks 2024-25-Kollektion zu den europäischen Club-Wettbewerben von TOPS. Euren Eindruck von diesem Starter-Pack und den gesehenen Cards jetzt gerne unten ins Kommentarfeld. Ich freue mich da lieber über euer Feedback. Und natürlich auch, wenn ihr nochmal aufs Däumchen nach oben drückt und Like für dieses Video da lasst. Die weiteren Produkte aus dieser Kollektion werden wir uns dann so nach und nach natürlich auch hier auf dem Kanal anschauen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann sichert euch jetzt noch eins der kostenlosen Kanalabos. Dann sehen wir uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss! Bis dann. boooo! -